Liebe Zuschauer, wie ich sehe, haben einige von euch den Kanal noch nicht abonniert, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert, desto mehr, desto besser, so können wir wachsen und viel mehr für euch tun. Nein? Du spielst ja auch Pokémon. Ja, ich bin nicht so weit wie du. Ob das gleich weiter ist, ich habe es gesehen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wirklich. Was denn? Das rote Ehrlicht. Als ich nach Sonnenuntergang in der Windpassage unterwegs war, ist es wie aus dem Licht von mir erschienen. Schon wieder eine Geistergeschichte? Glaubt ihr am besten kein Wort? Meine Schwester saugt sich immer solches Zeug aus den Fingern. Ich saug mir gar nichts aus den Fingern. Das rote Ehrlicht habe ich wirklich gesehen. Ach ja, das glaubt ich erst, wenn ich es sehe. Also bis dann. Ich bin mal gespannt. Ja, frecher kleiner Junge, oder? Warum glaubt mir denn niemand? Ich habe es wirklich gesehen. Du gehörst doch vom Vorschussbruch, oder? Für dich soll es doch ein leichtes sein, das rote Ehrlicht zu fangen. Bitte fang das rote Ehrlicht, das ich gesehen habe, und bringe es zu mir. Okay, und wo ist das jetzt? Wegweißer aktivieren? Ja. Ich weiß nicht, wo das rote Ehrlicht ist, aber... Das... Könnte interessant werden. Ich würde sagen, das kann die... Jetzt aber... Jetzt, jetzt. Steht immer noch nicht. Nacht, Sonne, Unterdach. Jetzt, ja. Quest aktiviert sich. Das ist ein Pfarrer. Hm. Einhielig. Oh. Loll, man kriegt also durch eine Quest Graz-Bahn-Flamm geschenkt. Sehr schön. Okay. Ah. Ja. Damit lässt sich das Leben. Boah, ihr denkt. Ah. 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 Ja. Ein Gratis-Pahn-Flamm sag ich niemals nein. Also jetzt weißt du, wie man ein Gratis-Pahn-Flamm kriegt. Gut. Und ihr wisst es auch. Ja. das ein stück aber normalerweise würde ich sagen wenn ihr mich fragt wo Panflamme ist was in diesem gebiet hier dass man sie wild fangen kann und diesen drei vier punkten hier dem bereich kann man ungefähr eboli fangen wechsel wirkung mäßig hätte das gedacht sich also ein gerades Panflamme hätte das gedacht ja ich bin immer noch gern mit wieder ein egal das ist wahrscheinlich eine mission machen aber wie gesagt machen wir zuerst die nebenmissionen und dann kommt das heiße teil das ist nicht möglich ich bin nicht jesus was denn wieso lachst du ich sage nur die tatsachen und hast du das rote ihr licht gefangen zeigst du es mir na ja wie gut ist es ich jetzt wissen naiv ok naja ja das ist es das ist das rote ihr licht das ich gesehen habe hinter steckt also lieblich ein pokémon wie entfalschend aber du hast es wirklich für mich gefangen ihr vom forschungsbruch ein einiges auf dem passen zu haben ja aber was erzähle ich jetzt ach ja ist das ein ehrlicht hilf mir vision erfüllt ja weil sie noch mehr informationen wissen wollt dann schreibt es in die kommentarliste bis dahin euer matt und eure katty wünschen euch noch viel spaß bis zum nächsten mal bei pokémon ciao und ciao ciao